Wir möchten gerne in den Urlaub. Würde Ihnen ein kleineres, exklusives Boutique-Hotel gefallen? An einem tollen Strand gelegen, ein echter Geheimtipp. Mit Wassersport, hervorragender Küche, Cocktails, chillen in der Hängematte und das Beste, ein hotelleigener Beachclub mit Live-Musik, um am Abend den Sonnenuntergang zu genießen. Klingt gut? Dann schauen Sie doch mal hier. Meine Empfehlung für Sie, cruisen Sie mit den kostenlos zur Verfügung gestellten Bikes ganz entspannt über die Insel und genießen Sie ein Picknick in der Sonne.